Die allererste Saison von Diablo 4 steht kurz bevor. Am 20. Juli um 19 Uhr starten die Server mit der ersten Saison und allen Änderungen, die gestern im Patch schon gespoilert wurden bzw. gezeigt wurden, mit allen neuen Items, neuen Aspekten und auch mit den 32 Herzen, die über einzigartige Eigenschaften verfügen. Alle Informationen als auch die Meinung der unterschiedlichen Communities der Zeit, die fasse ich euch heute hier in diesem Video zusammen, denn alles rund um Diablo 4 wird gerade wirklich extrem heftig diskutiert. Es gibt einige, die alles daran hassen und andere wiederum, die sagen, das ist genau die richtige Richtung, die Blizzard derzeit einschlägt. Was am Ende dabei der Wahrheit entspricht bzw. wo ihr euch seht, könnt ihr vielleicht nach dem Video dann entscheiden. Zuallererst muss ich sagen, dass die beiden Artikel, auf die ich mich hier beziehe und auf die ich referenziere, unten in der Videobeschreibung drinstehen. Das ist einmal die Seite für die Patchnotes für Diablo 4, wo alle Inhalte auf Deutsch zusammengefasst wurden und die Saison der Boshaftigkeit, also die Saison, die jetzt quasi startet mit allen Einzelheiten, also hierbei dann insbesondere die 32 boshaftigen Herzen. Kommen wir aber ganz kurz zu den eigentlichen Patchnotes und auch der erste Aufstreit, der vonstatten gegangen ist, als der Patch gestern auf die Live-Server überspielt wurde. Und zwar sind sämtliche Änderungen, die ihr hier unten schon seht, jetzt auf den Live-Servern aktiv, wo auch viele Negativpunkte drinstehen, die in der Season dann kompensiert werden. Was meine ich damit? Zum Beispiel, dass bestimmte Schadensquellen runtergeschraubt werden, ihr aber selbst mehr Schaden erhaltet. Das findet ihr dann zum Beispiel auch ganz unten. Das ist dann alles nochmal ganz übersichtlich zusammengeschrieben worden. Das sind dann Dinge, die quasi kompensiert werden, solltet ihr einen saisonalen Charakter spielen. Der Grund, warum Diablo 3 dazu geführt hat, dass die Leute immer wieder zurückgekommen sind, waren die Saisons. Das heißt, Blizzard hat im Endeffekt eine Saison immer alle 2-3 Monate ausgetauscht, mit dann neuen Inhalten, mit neuen Items und vielleicht auch anders funktionierenden Builds. Das waren die Gründe, warum man immer wieder zurückkam. Und für Diablo 4 benötigt Blizzard jetzt das Gleiche. Das stößt aber dem einen oder anderen sauer auf. Und zwar deswegen. All die Vorteile, die ihr bei einer Saison nutzen könnt, habt ihr erst so richtig, wenn ihr das Spiel einmal durchgespielt habt. Das bedeutet, ihr müsst die Kampagne einmal beendet haben, um dann bei der Charaktererstellung einen saisonalen Charakter zu erstellen, um die Kampagne zu überspringen. Das heißt, ihr könnt mit allen Weltquests starten, also allen Zeit-Missions. Ihr könnt auch die Bounties später machen und ihr könnt euch auch um die Höllenflut kümmern und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt von Anfang an einen Mount. Ihr habt schon einige Spots freigeschaltet. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und könnt einfach genießen, das Leveln quasi von vorne beginnen zu dürfen. Am Ende geht es halt auch genau darum. Ich für meinen Teil bin jetzt niemand, der sämtliche Open Worlds komplett bis zum letzten Punkt erkunden möchte. Ich will mich auf das Core-Prinzip, also das, was mir Spaß macht, fokussieren. Ich möchte gerne grinden und einfach meine Charaktere leveln. Deswegen hat sich vielleicht wohlmöglich auch Blizzard dazu entschieden, dass wenn die Saison startet, ihr alle Altäre von Lilith behaltet und auch alle oder zumindest die wichtigsten Wegpunkte beziehungsweise die entdeckten Gebiete. Das heißt, je nachdem, wie eure Karte aussieht, ihr solltet euch auch übrigens einloggen. Das solltet ihr machen zwischen, also quasi heute, wo ihr das Video schaut, und wo der Patch offiziell mit der Season quasi losgeht, dann am 20. um 19 Uhr, damit dieser Progress, das ist hier zum Beispiel einer meiner verschiedenen Charaktere, wo ich die ganze Weltkarte nicht aufgedeckt habe, damit das zusammengeführt wird. Mein Hauptcharakter, mein Magier zum Beispiel, hat viel, viel mehr erkundet und hat auch viel mehr Missionen erledigt. Da wird dann der fortschrittlichste Stand genommen, auch für euren saisonalen Charakter, damit ihr nicht alles neu machen müsst. Aber die ganzen einzelnen Punkte, wie Obolusse, Paragon-Punkte und teilweise auch die Fertigkeitspunkte, die müsst ihr dann erneut erspielen. Das ist aber, glaube ich, auch erstmal okay. Ein bisschen was muss man ja auch in der neuen Saison zu tun haben. Wie der Artikel es hier auch schön beschreibt, gibt es neue einzigartige Gegenstände, und zwar 6 an der Zahl, da ist für jede Klasse ein Item mit dabei und dann noch ein allgemein gehaltener Stab jetzt hier an dieser Stelle. Dann haben wir 7 neue legendäre Aspekte, das heißt, ein Aspekt pro Klasse plus dann eben auch wieder Neutrale. Und, dann kommen wir zum spannendsten Punkt, die 32 Herzen. Die werden auf Englisch Malignant Heart Types genannt. Es gibt insgesamt 4 Stück und die sind der Dreh- und Angepunkt für die neue Saison. Ihr könnt aber diese neuen Inhalte nur dann spielen, wenn ihr euch für einen saisonalen Charakter entscheidet. Ist die Season vorbei, wird sämtlicher Progress, das ganze Gold und auch die Gegenstände, dann in den sogenannten Eternal Realm mit rübergenommen. Also da, wo jetzt quasi auch euer Pre-Season-Charakter drin steckt. Der ist ja quasi keiner Saison zugehörig, also ist das dann der Stand der Dinge. Und dann geht es eben mit der Saison 2 weiter und so weiter und so fort. Irgendwann haben wir dann unsere 20, 30 Seasons hinter uns. Die Herzen werden eingeleitet mit einer neuen Quest-Reihe, die genau darauf abzieht, dass es eben diese boshaftigen Herzen gibt. Dabei soll das hier wohl einer der wichtigeren Charaktere sein. Wir haben auch in der Ortschaft oder generell in den Ortschaften jetzt einen neuen Händler, wo ihr mit diesen Herzen handeln könnt. Die werden auch hier nochmal ganz gut beschrieben. Und zwar gibt es sogenannte Sekrete für sämtliche Herzarten. Ihr seht ja diese 4 hier oben. Und ihr könnt dann auch zufällige Herzen kreieren. Mit 35 Sekret, wie es hier geschrieben steht. Je höher ihr vom Level kommt, desto bessere Herzen bekommt ihr dann am Ende auch, die über stärkere Werte verfügen. Hier sind auch alle einzelnen Herzen aufgelistet. Von allgemeinen Herzen, dann explizit für die verschiedenen Klassen, Barbar, Druide, Totenbeschwörer, Jäger, als auch Zauberer. Und es gibt auch jetzt schon Tierlisten, die genau sagen, was am besten funktionieren könnte und was nicht. Aber was ist daran jetzt das ganz, ganz große Problem, fragt ihr euch vielleicht. Im Grunde genommen findet jetzt die Saison genauso statt, wie es auch bei Diablo 3 der Fall war. Solltet ihr als Casual-Spieler vielleicht noch nicht die Kampagne beendet haben, dann steht ihr jetzt vor der Entscheidung, einen neuen Charakter zu machen, um nochmal die Kampagne zu spielen, um dann in der Saison alle neuen Inhalte zu sehen. Wenn ihr das überhaupt möchtet. Ihr findet natürlich dann auch die anderen legendären Gegenstände und ihr könnt auch die Herzen eben finden, die ihr dann sockeln könnt in eure Amulette beispielsweise. Das sind natürlich alles Inhalte, die cool sind. Aber, und jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, der wirklich für große Eskalationen gesorgt hat, den Battle Pass könnt ihr nur nutzen, wenn ihr die Saison spielt. Was eigentlich inhaltlich gesehen total viel Sinn macht, wenn das alle Leute schon gewusst hätten, als sie die große Variante von dem Spiel gekauft haben, wo der erste Battle Pass nämlich inklusive war. Jetzt habt ihr nicht die Möglichkeit, euren hart erspielten Charakter irgendwelche Vorteile zu geben, wenn ihr keinen saisonalen Charakter erstellt. Jetzt lässt sich darüber sehr stark streiten. Das ist eben nur die eine Seite. Ich kann am Ende beides irgendwie verstehen. Ich freue mich auf die Saison und werde diese auch spielen. Hier werden natürlich auch weitere Guides folgen. Aber ich kann natürlich, wenn ich eine große Masse als Blizzard quasi ansprechen möchte, nicht erwarten, dass nach sechs bis acht Wochen nach Release die Leute so weit sind, dass sie jetzt ready für eine Saison sind, beziehungsweise wäre das ja gar nicht schlimm, wenn es noch mehr Inhalte auch für all diejenigen gäbe, die vielleicht nicht die Saison spielen wollen, weil sie noch nicht so weit sind. Aber im Endeffekt spielt ihr jetzt einen saisonalen Charakter, der wird dann zu dem Eternal Realm nach den drei Monaten beispielsweise eben dazu gepackt und aufs Abstellgleis gepackt. Den werdet ihr aller Voraussicht nach nie wieder spielen. Und dann fangt ihr quasi alle paar Monate immer wieder von vorne an. Was per se nicht schlecht ist, wenn das Level Spaß macht. Was hat denn Blizzard am Level-System geändert für die erste Saison? Zuallererst haben sie die Weltstufen ein bisschen angepasst, dass es mehr Gold gibt und dass die Monster auch mehr Gegenstände fallen lassen, was overall ganz gut ist. Und ihr habt jetzt mehr das Gefühl, dass ihr stärker werdet, weil einfach die Gegner langsamer mit euch skalieren. Das ist hier auch alles ganz gut zusammengefasst. Aber die Höllenflut zum Beispiel wird richtig krass genervt. Und zwar brauchen wir jetzt 250 anormale Gluten statt eben die 175 vorher. Das heißt, aktuell schafft man wohl mit diesem Patch ein bis zwei Truhen dann in der Stunde. Ob sich das so richtig lohnt, das sei mal dahingestellt. Denn Blizzard möchte uns dazu bringen, die Nightmare Dungeons zu farmen, als auch die Tunnel, die mit den Herzen kommen. Denn es gibt ein neues Dungeon-System, wo ihr dann explizit die Herzen farmen könnt. Und auch hier wird der Fokus sehr stark darauf liegen. In der Gruppe zu spielen wird jetzt auch ein bisschen schwerer werden, denn die HP der Gegner skaliert jetzt höher. 85% hatten wir vorher. Pro zusätzlichen Spiel in der Gruppe jetzt liegen wir bei 100%. Und die Alptraum-Dungeons verfügen jetzt über eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr die richtig starken Gegenstände bekommt. Also wie wird wahrscheinlich der Grind aussehen? Eine neue Saison beginnt. Wahrscheinlich werden wir immer mehr Herzen und weitere Aspekte. als auch legendäre Items bekommen, was per se gut ist. Ihr fangt immer wieder von vorne an. Ihr habt eigentlich keinen Vorteil für eure alten Charaktere. Das ist genau wie auch bei Diablo 3. Und hoffentlich wird irgendwann das Late Game mehr Spaß machen. Ich für meinen Teil habe die Diablo-Teile alle gesuchtet. Für mich ist aber bei Level 75 bis 80 derzeit Schluss. Weil ich über nicht die nötige, ja, tatsächlich Motivation verfüge, um mich auf Level 100 zu spielen. Ich sehe da einfach keinen Sinn drin. Wenn ich nicht Uber Lilith zum Beispiel besiegen möchte, dann gibt es von Level 80 bis Level 100 für mich quasi nichts zu tun. Das ist aber nicht schlimm. Dann fokussiere ich mich auf die Seasons. Und wie lange die mir Spaß machen, das entscheidet Blizzard mit dem Content, der kommt. Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin da aktuell noch relativ offen. Ich kann aber die krassen Meinungen der Leute verstehen. Aber ihr seid jetzt gefragt. Geht gerne in die Kommentare und lasst mich wissen, ob ihr noch Motivationen habt, Diablo zu spielen und ob ihr euch überhaupt auf die Saisons freut. Denn das war ja eigentlich das Thema schlechthin, auf das alle Leute hingefiebert haben. Jeder wollte mehr Inhalte. Und jetzt sind die Inhalte da, dann reichen sie ihnen im Großteil nicht. Und für andere ist es wiederum zu schnell. Alle, glaube ich, glücklich zu machen, wird sehr schwer. Die Frage ist, trifft Blizzard damit den Großteil aller Leute? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht der ihr. Abonniert gerne und haut gerne einen Daumen nach oben, falls ihr mich unterstützen wollt. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.